Werte Gäste, herzlich willkommen in der Sparkasse Oberösterreich, Filiale Kirchdorf. Ich sage Sparkasse Oberösterreich, Filiale Kirchdorf. Jeder weiß von euch, dass wir die Sparkasse Kremstall-Bürn Mitte des Jahres fusioniert haben mit der Sparkasse Oberösterreich. Und dazu möchte ich herzlich begrüßen unseren Regionalleiter Robert Reif aus Drehz. Ich hätte das Angebot rein, wie das passt, Hauptdorfer. Ja, ich sage mal vielen Dank und jetzt müssen wir ein bisschen netzwerken. Das Buffet ist schon aufgestellt draußen normalerweise am Schluss. Heute machen wir es ein bisschen in der umgekehrten Reihenfolge. Jeder kann sich über irgendwas nehmen und ungefähr. Dankeschön. Viel Spaß dabei. Das eine ist der Finanzierungscheck, natürlich da, weil wir in der Sparkasse sind. Man kann relativ einfach über das Internet den Finanzierungscheck machen, wie ist mein eigenes Unternehmen aufgestellt, wie schauen die Kennzahlen an. Wir beginnen mit meinem Logo und meiner Homepage und dann können wir hier in das Thema einsteigen. Viel auf einmal, so in 40 Minuten, hat man die Möglichkeit, sich das Ganze nochmals anzusehen. Ein Haus mit Tradition und ein Haus mit Vorschau-Pick. Beinahe 160 Jahre alt. Jenes Bankhaus in Oberösterreich mit den meisten Kunden, damit sie uns ein bisschen einordnen können von den Größenortungen, habe ich Ihnen hier auch mitgegeben, Bilanzsumme, unsere Standorte und unsere Mitarbeiter. Was aber für Sie interessant ist, so wie Sie auch bei allen Ihren Lieferanten und Kunden schauen, wie es denn hier aufgestellt, und da gehört das Eigenkapital dazu, freut es mich schon darauf hinweisen zu können, dass wir 11,8 Prozent haben und auch die Daten des Gesetzes fordern. Was machen wir? Kurz das, was Sie hoffentlich interessiert. Was sind die Eckdaten einer Kreditentscheidung? Wie schaut es aus, in Österreich Eigenkapital zu bekommen? Und welche Möglichkeiten habe ich, mit öffentlichen Förderungen Risiken zu senken und Kosten zu senken? Ja, meine Damen und Herren, ich kann mich recht herzlich begrüßen. Bewegte Bilder und ihre Wirkung. Mein Name ist dann der Kremsuger, bin Experte für Wettfilmproduktionen und mit einem Film, der Ihrer Wirtschaft hilft, besser zu verkaufen, bei den Menschen anzukommen. Bewegte Bilder vermitteln das Unternehmen einen bleibenden Eindruck. Für Uli, für die gesamte Mannschaft. Sehr gut. Sehr gut. Was ist denn so? Ich hab schon... Ein wenig ein Stapseln in den Eingaben. Ich hab schon früh geschaut bei den Galdirchen. Nei, Thomas. Haben wir gehört? Haben wir gehört noch keins. Danke. Super, danke schön. So gut. Essen.